Peace Freunde was geht ab herzlich willkommen auf den G61 Channel. Heute haben wir ein Deck Profile von unserem Gewinner, von unserer ersten in Persona Local. Seit zwei Jahren haben wir darauf gewartet und jetzt sind wir wieder am Start. War ganz nice, hat Bock gemacht. Wir haben fünf Runden gespielt. Hier ist der Gewinner und ja wer bist und was hast du gespielt? Ich bin Ben Kreuzkamp, online vielleicht bekannt als Ben K1W und ich habe Tri Brigade gespielt, aber ja mit einem kleinen Synchro Touch, also Synchro Tri Brigade. 5-0, ne? Ja, genau. Okay, nice. Dann sagen wir ja so. Also zuerst mal, ich habe die Rescue Cat Version gespielt, also quasi inspiriert von der puren Variante, im Gegensatz zu der Sudik Variante. Also drei Rescue Cat und dann dementsprechend das klassische Tri Brigade Package. Drei Fraktal, drei Kit, drei Nerval und eben zwei Keras, weil es der einzige Name ist, der eigentlich ein Engine bringt. Das ist, denke ich, mehr oder weniger selbsterklärend. Sieht man momentan, glaube ich, in jedem Tri Brigade Deck. Und dann, was das Ganze ein bisschen spezieller macht, ist, ich habe drei Fabled Zerwurl gespielt. Das ist ein Tuner Monster, den man von Rescue Cat holen kann. Und er triggert oder er specialt sich aus dem Grave, wenn man ihn abwirft, zum Beispiel für Keras oder für Bearbrum Extra Deck. Und der hilft einem eben, ja, die Pace ein bisschen zu extenden. Man kann verschiedene Synchromons, das sehen wir gleich im Extra Deck, und dann kläre ich das mal ein bisschen mehr, hinlegen. Und ja, es gibt dem Deck halt so Möglichkeiten zu extenden und Boards hinzulegen, die es sonst nicht hat. Und die Karte ist, wie gesagt, an sich kein Brick, wenn man ihn zieht, deswegen spiele ich ihn dreimal, weil er eben mit Keras gekommen wurde und Extender ist. Dann für Hand Traps habe ich drei Gamma, ein Driver. Sehr gut in dem Deck, starke Going Second Hand Trap, aber in dem Deck auch sehr oft Live Going First. Gegner sind geforst, Fraktal in der Hand zu Ashen gegen das Deck, weil es quasi nichts anderes Ash braucht, es gibt außer Rescue Cat. Und in beiden Fällen ist Gamma in der Hand eben Live. Dann drei Ash, drei Veiler und drei Imperm. Die generischsten Hand Traps, Ash in jedem Format gut, klar, Veiler und Imperm besonders momentan, weil Tribrigate so beliebt ist, sehr gut. Von daher denke ich, dass das fürs Main Deck die besten Hand Traps sind. Ghostbill kann man noch überlegen momentan, aber ich habe das heute gespielt, weil man bei Locals auch immer nicht so genau weiß, was für Decks auftauchen. Und dann habe ich noch drei Sauravis gespielt, das ist vielleicht ein bisschen spezieller. Hat man jetzt sehr, sehr lange nicht gesehen, außer vielleicht vor zwei Jahren mal in irgendwelchen Warrior-Combo-Decks. In dem Deck ganz interessant. Die Theorie dahinter ist, dass von den drei Hand Traps Ash, Veiler, Imperm, die man auf seinen Namen, auf seine Engine kassiert, nur Ash und Veiler durch Colt by the Grave zu hitten sind. Und die anderen beiden Imperm Veiler, die eben deutlich mehr wehtun, weil diese auch nicht durch Gamma protected werden können, wie vorhin erklärt, eben durch Sauravis protected werden können. Außerdem ist es, wenn man viel Striker erwartet, auch im Grind Game eine gute Karte, kann Garni Second gegen Virtual World zum Beispiel Chucha auch negieren. Generell relativ flexibel, fühlt sich ein bisschen speziell an, aber ich denke, gerade in Turnieren, wo man von Striker ausgeht, kann man sie gut spielen in dem Deck. Deckt so ein bisschen die Schwäche ab. Ist in dem Deck auch mehr oder weniger suchtbar durch Harald of the Arcland im Extra-Deck. Dann drei Tanki, denke ich, Standard in dem Deck, auch wenn man keine Sauravis spielt. Ein Colt by the Grave, klar gegen Hand Trips, ansonsten auch als Trap-Cut sehr versatile einsetzbar. Nur zwei Revolt. Es ist an sich ein guter Backup-Plan, immer wenn man Revolt-Hardraw hat. Aber insgesamt ist es ein Combo-Deck, du wirst die Karte nicht mehr als einmal suchen. Und nach Turn 1 hast du den allermeisten Match-Ups, wenn du first gehst, gewonnen. Drei Revolt sind nicht nötig. Man will wirklich nicht an der Karte totbricken. Man kann sie auf eins runtercutten, habe ich auch vorher schon probiert. Dann könnte man sowas wie Foolish noch für zusätzliche Engines spielen. Aber ich denke zwei, wenn man sie ab und zu als Backup hat, ist in Ordnung. Und dann eine Imperial Order im Main-Deck. Wie viele Main-Deck-Karten? 40 Main-Deck-Karten. Imperial Order tut dem Deck eben nicht weh, ist eine unglaublich starke Karte. Protected von Blowout-Spells. Ja, sieht man den fehlendesten, denke ich, momentan. Dann fürs Extra-Deck an Tribrigate-Monstern zwei Ferigid, eine Bearbrum, ein Rugal und zwei Shrike. Extra-Deck ist ein bisschen enger, deswegen keinen dritten Shrike, dadurch, dass man eben Synchro-Monster, ein bisschen mehr Combo spielt. Von dem Rest sind mehr nicht nötig. Ich rugle, habe ich gehört, cutten sogar einige Leute, aber ich finde ihn trotzdem ganz nützlich. Man kann damit interessante Plays machen, dem Gegner zu, das erkläre ich gleich noch. Und manchmal braucht man einfach einen Link rein, dass man den Bearbrum weglenkt, das ist ja ganz nützlich. Von daher das an Tribrigate-Monstern. Und dann an weiteren Trib-Beast-Extra-Deck-Karten, Double Dragon Lords und was Welger. Beides Targets für die Effekte eben. Dann Doom-Igel hauptsächlich, um ein Access-Code zu gehen und vielleicht Array wegzuschuffeln. Double Dragon Lords ist eine extra Interruption im Turn 1, die gerade im Mirror sehr gut kommen kann. Dann All-Mirage muss man spielen, dadurch, dass man, wenn man Nervil oder Kit startet, eben die Norma-Sum weglinken möchte, um in Engine zu kommen. Access-Code in Appaloosa, die Link-Fiers. Access-Code zum Töten. Appaloosa eben Turn 1, um sich in die Gates hinzulegen. Man kann sehr oft zum Beispiel eine Bearbrum in Appaloosa weglinken und danach den Effekt benutzen, um zu suchen. Das heißt, man ist danach gelockt, kann aber die Appaloosa noch hinlegen. Und dann das Synchro-Package, das mein Deck eben ein bisschen spezieller macht, würde ich sagen. Needle-Fiber als, ja, Combo-Starter, Combo-Extender. Wenn man eben Rescue-Cat oder den Tuner als Disc-Code startet, dann kann man in Needle-Fiber gehen. Keras-Special. Von da aus weitere Plays machen, dann kommt dann ein weiterer Tuner durch Needle-Fiber aufs Board. Und dann kann man Kit oder Keras sehr oft in Herald of the Arclight weglinken, der im Grave dann zum Beispiel aus Zoravis suchen kann. Und im Gegnerzug kann Needle-Fiber dann austacken. Benutzen viele Decks nicht, aber das Deck ist quasi fast gezwungen dazu, das zu nutzen. Dadurch, dass die Tribligate-Effekte dich locken, dass du Needle-Fiber relativ schnell nicht mehr weglinken kannst in deinem Zug. Das heißt, du lässt ihn einfach liegen, taggst ihn im Gegnerzug aus, beschwörst Shooting-Riser. Und dann kannst du Shooting-Riser mit einem Namen, zum Beispiel in dem Nerval, der liegen geblieben ist. Oder wenn du das Level manipulierst vorher mit Shooting-Riser auch mit einem anderen Namen, wegsynchron in einen Savage-Dragon. Und das Coole an dem Savage-Dragon ist, dass er eben die Tribligate-Monster vom Grave equippen kann. Und die dann, wenn sie in den Grave gehen, nochmal triggern. Zum Beispiel kann man einen True-Rike equippen und dann bekommt man nicht nur vier Negates, sondern auch wieder einen Surge, mit der in den Grave geht von da aus. Kann von da aus zum Beispiel dann auch als Equip-Card für Double-Dragon-Lords als Kosten gesendet werden. Genau, dann kann man natürlich auch mit dem Rugal-Plays machen, wo du auf Rugal passt, mit Rugal was Reborns und dann mit Shooting-Riser für Savage wechseln kursst. Deswegen ist Rugal ganz nett in der Liste zum Beispiel. Ja, ich denke, das wär's. Zeit, Deck? Ach genau, ja, Side-Deck. Back-Role-Rmoval, drei Twin, ein Featherduster. Featherduster, starke Karte. Moment, kurz, kippsäck. Okay. Okay, ja, Side-Deck, drei Twin, ein Featherduster. Featherduster, generell starke Karte, auch in Grind-Games. Kein Muss momentan im Format, weil viele Decks Anti-Spell spielen oder Order. Aber ich denke, so für ein Local-Turnier, gerade wenn man viel Striker erwartet, ist es immer noch eine unglaublich starke Karte. Drei Twin-Twister, ein Muzzle-Rmoval, der nach Turn 2 noch live ist und nicht gegen Anti-Spell verliert. Als Hand-Trips habe ich drei Nibiru, drei Crow gesided. Ja, die meisten Hand-Trips oder die generischsten Hand-Trips waren ja schon im Main-Deck. Und wenn man so viele Hand-Trips spielt, muss man nicht unbedingt noch Side-Creed oder Droll gegen Grythron spielen. Das ist dann ein bisschen viel, gerade Droll. Ist eine Karte, die alleine sehr stark ist, aber in Kombination mit mehreren Hand-Trips komisch ist. Weil alle anderen Hand-Trips nehmen eigentlich Ressourcen weg. Und Droll will eigentlich genau das Gegenteil machen. Den Gegner einfach nur für einen Zug stoppen. Er behält die Ressourcen auf der Hand. Von daher, mit vielen Hand-Trips würde ich eher Krähe gegen Droll oder so zusätzlich sein. Nibiru, gut gegen Rogue-Combo-Decks. Besonders wenn man vielleicht Salaman-Grade erwartet noch. Kam heute für mich nicht auf. Würde ich, glaube ich, in größeren Turnieren auch so nicht spielen. Ja, Lanze, vielleicht noch zusätzlicher Hand-Trip. Im Trial-Grade-Mirror-Mitch sehr gut. Ich habe jetzt nur eine gespielt, weil ich zusätzlich noch das Artefakt-Package gespielt habe. Dass ich sie dafür wenigstens als Target habe, sozusagen. Ja, Artefakt-Package für Going First. Kann alternativ auch Anti-Speil sein. Verliert halt nicht gegen Back-Roll-Removal. Und wenn man irgendeinen Play Going First hatte, dann kassiert man sowas wie Gamma oder Imperm oder Ash halt schon auf seinen Play. Und kann das Artefakt-Sense dann resolven. Jo. Das war's? Das wär's. Äh, das ist jetzt schon mal. Willst du noch sagen, was du für Matchups hattest? Ähm, meine Matchups waren Pendel Runde 1. Das war ein bisschen hin und her, weil ich Game 1 gebrickt hatte. Ähm. Ähm, Runde 2 war, ich glaub, Striker. Ähm, Striker lief eigentlich ganz gut. Einfach auch dem geschuldet, dass Sauravis unglaublich stark gegen das Deck ist. Ähm. Was hab ich noch gespielt? Ähm. Ich hab gegen einen Altergeist gespielt. Das war aber Runde 4. Ich vergesse, glaub ich, irgendeine Runde. Ähm. Gegen Dogmatiker, glaub ich, Schadol? Genau, Dogmatiker, Schadol hab ich noch gespielt zwischendurch. Das könnte Runde 2 gewesen sein, ja. Gegen Dogmatiker, äh, Schadol hab ich gespielt. Ähm. Ja, da haben wir quasi uns gegenseitig FTK-Hart. Ich hab angefangen, hab ein Board gelegt, er hat angefangen, Board gelegt. Und ich hab, äh, Game 3 hatte ich quasi alles. Ich hatte Combo plus Sense plus, ähm, also plus Sanktum plus Order. Da spielt, glaub ich, kein Deck durch. Ähm. Ja, gegen Altergeist war's bisschen komisch. Wir haben wenig Engine bei der Game 1 gehabt. Hab dann, äh, letztendlich auf die letzte Interaction, also die letzte Imperman Saurabes, geworfen. Und konnte dadurch spielen. Ähm, und dann, ja, ja, Game 2 hat er zu viel Backroll. Game 3, äh, fang ich an und leg ich im Full-Combo hin. Er hat keinen Handtrap. Ähm. Gegen, ja, wie gesagt, dann zwei, drei Negates. Ähm, plus Revolt, bin kein Deck mehr dann. Ähm, und jetzt die letzte Runde hab ich gegen Striker nochmal gespielt. Da, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, mein Gegner hat auch nicht so gut geöffnet. Ähm, von daher, ja, also Game 2 hatte ich auch wieder sehr viel. Ich hatte Order, da gab's, glaub ich, nicht viel, nicht viel Spielraum für ihn. Ähm, aber insgesamt denke ich, dass auch ohne so Blowout-Karten das Deck sehr gut grindet in dem Matchup. Gerade Striker, ähm, ist dadurch, dass du so Karten wie Doom Eagle, Doom Eagle im Extra Deck hast, um Raid zurückzumischen. Ähm, Herald nimmt zwei Interactions weg, indem er sich tributet, was negiert. Sauravis sucht, Sauravis negiert das nächste. Ähm, von daher denke ich, dass das Matchup definitiv in der Version besser ist als in der, ähm, Pro-Version. Jo, das waren so meine Matchups, genau. Mhm, gut, gut. Irgendwelche Shoutouts? Ähm, Shoutout an Team E-Man Games und, ja, meine Online-Gruppe 100%. Cool. Ja, danke für das Deck-Profile, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020